Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Video über den Pargo Ring, den Ring von der Firma Pargo Pace, eine deutsche Firma, so sieht übrigens der Karton aus. Ein neues Video quasi über die Serie von Ringen, die ich hier habe. Ist es ein smarter Ring? Nee, in dem Fall nicht. Aber er macht dein Leben definitiv smarter. Was kann der Ring kurz überschlagen, heißt es ja, glaube ich, richtig? Einmal, wir können, das ist natürlich das Hauptargument mit diesem Ring, natürlich bezahlen. Kontaktlos. Das bedeutet, ihr legt so die Hand auf das Bezahlgerät und dann wird bezahlt. Am besten natürlich über Kreditkarte und so. Kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe hier den Pargo Drive. Das heißt, hiermit kann ich zum Beispiel, ich fahre Tesla, falls ihr das nicht wisst, damit kann ich zum Beispiel mein Auto auf- und abschließen. Kann ich an die B-Säule halten und dann wird das Auto geöffnet und ich kann mit dem Auto fahren, weil dieser Ring angelernt und authentifiziert ist, quasi mit dem Auto bekannt gemacht ist. Einen Ring, mit dem ich den Tesla aufschließen konnte, den hatte ich ja schon. Habe ich hier eine Review darüber gemacht, falls euch das interessiert, aber damit konnte ich natürlich nicht bezahlen. Und für mich ist der Pargo Ring tatsächlich ein doppeltes Backup. Warum Backup? Natürlich kann ich mit einem Smartphone bezahlen, das ist ja gar kein Problem. Ja, das Telefon kann mir aber kaputt gehen, Wasserschaden, was auch immer runterfallen oder halt auch entwendet werden. So ein Ring, naja, eher weniger. Auch verlieren ist bei so einem Smartphone wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit höher als bei so einem Ring. Und für mich ist es halt die Möglichkeit, A, mein Auto abzuschließen, wo auch immer ich gerade bin oder aufzuschließen und es zu nutzen. Und B, natürlich auch zu bezahlen, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, den Ring zu nutzen und zu bezahlen, warum auch immer es nötig ist. Natürlich der Komfort spielt natürlich die größten oder ist der größte Faktor natürlich, dass es schön entspannt ist, damit zu bezahlen. Keine Frage. Aber, dass ich quasi ein Backup habe, wird mir das Problem nie geklaut, wie auch immer. Ich kann halt keinen Schlüssel mehr verlieren. Ich kann auch theoretisch mein Smartphone verlieren. Ich kann trotzdem bezahlen und trotzdem mein Auto noch vernünftig bedienen. Das war so für mich der Hintergedanke, dass ich den halt an der Hand habe. An der Hand habe? Klingt irgendwie komisch. Das ist also der große Vorteil, den ich sehe. Und natürlich, ich muss mich hier um nichts kümmern. Im Vergleich zu einer Smartphone, damit kann ich auch bezahlen, ja, aber die muss ich regelmäßig aufladen. Also der Ring, der funktioniert, der ist, Wasser macht ihm nichts. Also egal wie tief, egal wie lange, völlig egal. Ich muss ihn nicht aufladen. Der Chip da drin, der funktioniert halt immer. Ich muss ihn nicht pflegen in irgendeiner Form. Das ist natürlich, wer es nicht weiß, auch vielleicht wichtig zu erwähnen. Dann muss ich, ich bin zwar keine Frau, habe keine große Handtasche dabei, wahrscheinlich auch ein großer Vorteil bei mir, definitiv. Aber ich muss nichts lange suchen. Wo ist das Portemonnaie, wo ist das Bargeld? Einfach den Ring vorhalten, es wird bezahlt. Auch ein Aspekt, denke ich mal, der nicht ohne weiteres zu vernachlässigen ist. Zu vernachlässigen. Wir hatten ja eben auch schon die Smartwatch, mit der kann ich auch bezahlen. Keine Frage. Aber habt ihr das schon mal gemacht? Mal Hand aufsetzt. Habt ihr schon mal mit einer Uhr bezahlt? Aus der Praxis, für die Praxis. Hier liegt so das Lesegerät beim Bäcker. Ihr kommt dann an und dann geht's los. Ach nee, ich muss ja erst den sperren. Ist jetzt natürlich Klagen auf ganz hohem Niveau, aber so spielt sich das ab, bei mir zumindest. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich beigehe und einfach die Hand auflege, eine Sekunde warte und dann ist das Ganze auch bezahlt. Ich finde es als Backup eine tolle Funktion, definitiv. Kommen wir zu den Fakten. Also diesen Ring gibt es in Keramik. Ich habe ihn hier in weiß, Keramik. Dann gibt es den auch noch natürlich in Schwarz und in Holz. Ist echtes Holz, wohlgemerkt. Also ihr müsst eventuell, ist halt Holz. Also mit viel Wasser würde ich da jetzt nicht beigehen oder stetig. Also als Taucher würde ich mir wahrscheinlich diesen Holzring nicht holen. Wahrscheinlich, so nehme ich auch an, ist Holz wahrscheinlich auch nicht ganz so, naja, was heißt stabil, aber Druck und Co. Also Holz kann natürlich leichter brechen, denke ich mal, als Keramik. Ich bin da jetzt nicht vom Fach, aber das lasse ich jetzt mal so hingestellt. Und es gibt einen neuen Ring zum Vorbestellen momentan. Der ist Silber, also aus echtem Silber. Wird, glaube ich, in Spanien gefertigt. Sieht nicht schlecht aus, aber ist doch mehr für die Damenfraktion, behaupte ich jetzt mal. Er ist halt sehr dünn und sieht gut aus. Ja, natürlich ist es ein Schmuckstück tatsächlich. Der ist vorbestellbar, den gibt es demnächst. Also diese Varianten gibt es. Dann gibt es die Ringe unterschiedlichen dicken. Also Herren, Damen, sage ich jetzt mal. Ja, und in verschiedenen Farben, wie angesprochen. Es gibt neben dem schwarzen und dem weißen, Entschuldigung, gibt es natürlich auch noch so ein, ist das pink? Ach, rosa und pink bei uns Männer, das ist immer so ein Problem. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also rosa oder pink, eins von beiden. Sucht euch das aus. Die Variante, die gibt es natürlich auch noch. Also ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Wichtig, das Auto aufschließen, also den Tesla, das kann nur die Variante Drive. Also da müsst ihr extra gucken. Preise. Der Keramikring geht bei 119 Euro los. Dann haben wir 169 für zum Beispiel die Drive-Variante, also die auch ein Tesla aufschließen kann. Und 199 Euro der silberne Ring definitiv. Da gibt es momentan auch ein Angebot, glaube ich, so ein Early Bird. Also der silberne ist noch ganz neu. Ich glaube für 169. Müsst ihr mal schauen. Link tue ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Okay, den Preis haben wir. Die Größe des Rings. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr so ein Set vorab bestellen, wo ihr dann verschiedene Ringgrößen bekommt. Und dann den richtigen kaufen könnt. Weil das ist wichtig, dass ihr es vorher macht. Aber das wird, wenn ihr den kauft, durchgeführt. Weil da kommen wir so jetzt schon ein bisschen in den Bereich Einrichtung. Wenn ich nämlich, ich muss den Ring vorher, also diesen Chip quasi einmal vorher programmieren, damit er auch vernünftig funktioniert. Das müsst ihr halt wissen. Das heißt, ich muss im Vorfeld den Ring schon sagen, hey, das ist mein Bezahlsystem meiner Wahl oder die Kreditkarte oder was auch immer, damit das hier drauf gespeichert ist. Kommen wir aber gleich noch zu. Das müsst ihr also im Vorfeld tun. Also unbedingt gucken, welche Größe brauche ich. Weil wenn ihr den bestellt habt, ist das alles ein bisschen schwieriger. Da sind wir jetzt quasi bei der Einrichtung. Ihr müsst, wie gesagt, dem Ring vorher angeben, mit welchem System ihr bezahlen möchtet. Das ist schwerer, als es jetzt vielleicht klingt. Ich gebe euch aber zu bedenken, ihr müsst ein paar Minuten Zeit für die Einrichtung mit einbeziehen. Also mal eben in fünf Minuten ist das Ganze leider nicht erledigt. Den Zahn muss ich euch leider ziehen. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, dann habt ihr gar keinen Stress mehr. Warum ist das jetzt so ein bisschen tricky? Es kommt natürlich jetzt drauf an, welche Bank ihr habt. Es gibt bestimmte Banken, also es ist ein bisschen einfacher. Mit einem normalen Girokonto ist es nicht ganz so einfach, geht aber auch. Am einfachsten geht es wohl mit einer Master- bzw. Visa-Karte. Auf dem Ring wird jetzt nicht eine Karte installiert, sondern eine, ich sage mal, virtuelle Karte. Eine Curve-Karte, so heißt die ganze Geschichte, hat den riesengroßen Vorteil, dass wenn ich jetzt eine Karte darauf habe, kann ich die A mit einer App steuern und zum Beispiel, wenn ich den Ring jetzt verlegt habe oder sowas, kann ich ihn temporär sperren. Ich glaube, das geht mit der Kreditkarte ja glaube ich nicht. Entweder sperrst du die oder nicht. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich weiß, dass der Ring hier irgendwo im Fitnessstudio ist. Ich sperre den erstmal und wenn ich ihn gefunden habe, dann entsperre ich ihn wieder. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, ihr könnt verschiedene Bezahlfunktionen, also Firmenkonto, Privatkonto, Kinder, was auch immer. Und dann kann ich in der App sagen, wenn ich jetzt bezahle, wird Konto A, B, C, was auch immer, belastet. Auch ein großer Vorteil, dass ich zwar hier ein Konto drauf habe, ein virtuelles, aber im Hintergrund, im Backend, habe ich verschiedene Konten zur Auswahl, verschiedene Karten, die ich auch mal auswechseln kann. Ihr seid morgen nicht mehr bei Bank A, sondern jetzt bei Bank B und dann müsstet ihr den Ring ja wahrscheinlich neu programmieren oder sowas. Und das könnt ihr halt vermeiden, wenn ihr so ein digitales Konto auf dem Ring installiert habt. Also das macht definitiv Sinn. Natürlich sind wir in Deutschland Bankenwesen und Co. Ich denke, da muss ich euch nichts erzählen. Also wenn das eingerichtet werden muss, muss, also war es bei mir auch und ich denke, es wird bei euch auch so sein, euer Personalausweis Vorder- und Rückseite einmal in der App hinterlegt sein. Das denke ich mal, ist hier mit Bankgeheimnis oder wie es sich auch so immer schimpft. Bin da nicht vom Fach. Also müsst ihr darauf gefasst sein, dass ihr euren Personalausweis Vorder- und Rückseite beim Einrichten hochladen müsst. Also daher auch meine Anweisung oder am Anfang mein Hinweis, dass das nicht in drei Sekunden erledigt ist, sondern ein paar Minuten dauert. Aber das macht ihr dann einmal und dann läuft das auch, wie gesagt. Ja, Simon, jetzt habe ich diesen Ring eingerichtet und dann kommt der per Post und geht verloren und geht der Postbote damit shoppen oder was? Nee, das funktioniert auch nicht, weil ihr bekommt so einen QR-Code. Ich glaube, den habe ich hier noch. Ihr bekommt hier so einen QR-Code. Und den müsst ihr dann einmal scannen, bevor ihr das Ganze dann aktivieren könnt. Das ist sehr, sehr wichtig oder natürlich auch nützlich, damit es halt nicht passiert. Das heißt, wenn der Ring unterwegs verloren geht, shit happens, blöd gelaufen, damit kann dann niemand einkaufen. Also keine Angst. Ihr müsst also den Ring erst mal, wenn ihr den habt, zu Hause einmal freischalten. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, ich kann ja jederzeit mit dem Ring hier bezahlen und Co. Auch das ist relativ sicher bei Missbrauch. Bis 50 Euro muss eine PIN eingegeben werden. Also über 50 Euro, Entschuldigung. Also das ist auch relativ safe. Die Beträge darunter sind wahrscheinlich abgesichert von dem Kreditkartenunternehmen. Alles über 50 Euro müsst ihr eine PIN eingeben. Also das muss euch auch klar sein. Wenn ihr einen Plasma-Fernseher kauft, nee, heute ist es ja kein Plasma mehr, einen großen Samsung-Fernseher kauft, dann müsst ihr die PIN eingeben. Also das muss euch auch klar sein. Aus Sicherheitsgründen ist das Stand der Technik heute. Was dann noch bei der Einrichtung relativ negativ auffällt, ist, dass das zwar von Pargo sehr gut erklärt wird, also Video und wo du klicken sollst und alles super, alles tutti, aber die App, wo ihr das machen müsst, diese Einrichtung, die ist leider nur in Englisch, Stand heute. Vielleicht ändert sich das noch. Ich weiß, dass Pargo an der App arbeitet, die das wahrscheinlich dann alles in Deutsch machen wird und Co. Aber momentan, Stand heute, ist es alles in Englisch. Wie gesagt, es gibt viele Videos vom Anbieter, wo euch genau gezeigt wird, wohin ihr klicken müsst und Co. Aber Stand heute ist es leider alles komplett in Englisch. Ja, und das ist eigentlich so das Negative, was ich euch berichten kann. Ansonsten ist das Bezahlen sehr entspannt. Was ich auch erst mal lernen musste, ist, dass du nicht den Ring direkt auf das Lesegerät hämmerst oder so. Das ist eher kontraproduktiv, weil sich die Antenne wohl im Ring schlängelt, also ringsherum ist. Das Lesegerät kann es also besser erfassen, wenn du die Faust quasi so hinlegst, weil jetzt haben wir den kompletten Ring, quasi so, der jetzt auf dem Lesegerät ist und dadurch tatsächlich wohl besser den Ring lesen kann, als wenn ihr nur die vordere Spitze auf das Lesegerät hämmert. Also hier mittig rauflegen und dann wird ganz normal bezahlt. Also das habe ich auch nicht gewusst, aber hey, Lern durch Schmerz, nein. Und dann ist es ganz entspannt. Aber das wird euch ganz viel hier erklärt. Ihr seht das hier auch nochmal, das gehört da nicht drauf. Ihr bekommt eine Broschüre dazu, wo alles schön in Deutsch und so erklärt ist. Also da macht euch keinen Kopf. Also das ist ganz einfach und auch gut gelöst. Wie richtig den Drive Ring, aber wie gesagt nur der Drive, beim Tesla ein. Das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. Ist innerhalb von noch nicht mal einer Minute erledigt. So, das Einrichten ist ziemlich einfach. Wir brauchen eine Original-Tesla-Karte natürlich. Dann gehen wir hier auf das Autosymbol. Dort gibt es den Punkt Verriegelungen und sagen wir Schlüssel hinzufügen. Nun legen wir den Pago Ring in die Mittelkonsole. Wir hören ein Geräusch und den Hinweis, dass wir die Original-Karte auflegen sollen. Und schon ist der Ring mit dem Tesla verbunden. Ich kann jetzt im Menü hier noch dem Ring einen speziellen Namen geben, damit ich ihn besser auseinanderhalten kann. Aber das war jetzt schon die ganze Einrichtung hier beim Tesla. So ist es dann in der Praxis. Ihr seht, der Tesla ist abgeschlossen, die Spiegel sind angeklappt. Ich halte hier unter die Kamera einfach den Ring und der Tesla wird aufgeschlossen. Beziehungsweise, wenn ich wieder vorhalte, einfach abgeschlossen. Das soll meine Vorstellung des Pago Rings gewesen sein. Ich hoffe und denke, dass das kontaktlose Bezahlen sich immer weiter ist. Hat sich ja im Gegensatz zu oder vor Corona schon wirklich verbessert, wo ich überall mitbezahlen kann. Ich denke, da muss auch das Unternehmen, welches das nicht anbietet, auch schon mal langsam nachdenken, dass das einfach der Fortschritt ist. Wenn es nicht mehr im Ring ist, zahlen die Leute ja auch mit dem Smartphone oder mit der Karte. Die wollen hier da auch nicht mehr immer groß reinstecken. Aber wem erzähle ich das? Was haltet ihr vom Ring, vom Konzept? Gerne beantworte ich euch alle eure Fragen in die Kommentare. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet, wie ihr die Farben findet. Ist das pink, ist es rosa? Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund. Und ciao. Musik Bis zum nächsten Mal.